hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's go around the end wir sind immer noch auf der Suche nach den Artefakten hier mitten im Norden und gehen in Alt Mishakmur ein oder Mishkamur ich bin mir nicht sicher denn dort artet das nächste auf und so der ist deutlich schwieriger als die anderen beiden hier sind Trolle ich hatte doch vorhin schon das Problem mit den beiden aber dich kriege ich ich versuch's einfach mal wieder so okay den einen habe ich nämlich getötet fuck ich könnte natürlich den trollen die ganze Zeit den troll solange bis ich irgendwann wieder gesundheit habe es ist ein hochrisiko unterfangen eine richtige pep aber ganz ehrlich know your area know your area sag ich beim kämpfen nur kenne deine kampf arena ich sehe es immer wieder dass es so effektiv ist so eine säule guck dir an wie die meine lebensheit geregelt es ist nicht spannend aber es ist praktisch für den kampf und da sie der troll nicht so intelligent ist nicht so intelligent wie ich kann ich den bis auf das maximum ausreizen das werde ich tun soweit kurz vor dem ende ein fehler und große bemühungen sind voll rüber ich muss das tempo einfach weiter behalten so und jetzt und drauf 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 fuck ey fuck war das gut das war nicht schlecht nicht schlecht so jetzt nehme ich nach den lachs gehe ganz langsam hier durch ach ein traum so macht zwar alles vielleicht langsamer und so aber dafür effektiver alter was ist hier passiert straßendiebe fuck ein roter apfel ein zettel was steht auf dem zettel drauf sucht die drei hebel um die tore zu öffnen aber hütet euch vor den fallen wenn ihr gefunden habt wonach ich suche trefft mich in der unterstadt und lasst niemanden hiervon erfahren gezeichnet x okay sucht die drei hebel okay jetzt habe ich volle gesundheit was bedeutet das für mich drauf ja alter einschlag noch abbekommen alter hier ist ein eisel elementar die sind nicht so stark wie sie aussehen wie heißen die dinger denn nochmal in skyrim die gibt es doch da glaube ich auch oder der schlägt so selten zu das ist interessant das ist interessant okay nehm ich alles die mitte ist natürlich das letzte oder hin ist wieder so ein komisch ich weiß wie die heißen den namen wieder vergessen schick aber wieso erinnert mich das am mass effekt gerade diese hallen ich habe das gefühl es wäre ein neuer teil von schlechter von nach ähm wirklich vorlesen aber mache ich ja eigentlich immer ne wenn ich neun finde kapitel 3 erste schritte die ersten tage meiner wanderschaft waren ein beinahe spirituelles erlebnis wenngleich kein durchweg schönes ich fühlte mich als hätte ich mein gesamtes vergangenes leben mit einem grauen schleier von den augen gelebt und je mehr ich mich von der kahlen klippe entfernte das ist zu realer erschien mir der gedanke dass ich dort 1 zu 28 jahre gelebt haben sollte als priester es erschien mir fast als wäre das alles nur ein traum gewesen aber wer war ich nun ich vermochte mir selbst keine zufriedenstellende antwort darauf zu geben in den augen des heiligen ordens würde ich sofern ich nicht augenblicklich kehrt machte und meine törichte reise beendete immer kurz oder lang ein ketzer werden ein wegeloser der sein fahrt verlassen hatte dabei spielte die tatsache dass ich eigentlich selbst teil des klerus war nur eine untergeordnete rolle zweifel und bitterkeit durchschnitten meine befreiungsgefühl wie ein geistiges schwert wenn meine gedanken auf malphas und seine hundern als verse fielen aber gleichermaßen verhielt es sich wenn ich an eine rückkehr lachte das flaue gefühl in meinem magen nistete geradezu lauernd in mir und als ich am zweiten tag meiner reise einmal ein paar schritte in richtung nebelheim zurückgegangen war erfasste mich die gleiche grauenvolle panik die mich in meiner priesterkammer zum zusammenbruch gebracht hatte nein der einzige weg den ich jetzt noch überschreiten konnte war der der über die verdrängten erinnerungen lief fort von meinem falschen leben wo genau ich meine suche nach den verloren gegangenen fragmenten meiner kindheit beginnen sollte wusste ich nicht im ansatz als hätte gilmer mich gefunden war ich gerade mal zwei jahre alt gewesen was konnte passiert sein dass mich derart geprägt hatte ich hatte nur einen anhaltspunkt um antworten zu finden nämlich die ominösen worte der verschleierten frau und obgleich mir diesen zu vertrauen so irrational und albern erschienen sich wie sich die zukunft von koreanischen knochen lesern vorher sagen zu lassen blieb mir nichts anderes übrig folge dem feuer ich hielt einen moment inne und wischte mir den schweiß von der stirn ich hatte einen kleinen küstenpfad in nähe eingeschlagen als ich die nebelheimer klippe herunter gestiegen war und befand mich nun an der grenze des herzlandes bis nach arg war es von hier noch gut elf tages märsche aber ich beabsichtigte von meinem letzten groschen einen muradenflug in die hauptstadt zu bezahlen zu gefährlich waren die dicht bewachsenen straßen durch die endraelischen wälder derzeit befand ich mich auf einem halbwegs befestigten wanderweig mit mitten zweier unbewachsene wildwiesen vorgezwitscher erfüllte die welldluft und die sonne brannte mir in den nacken du bist verrückt ja ihr einfach verrückt dachte ich als ich einen blick zurück warf ja was ich tat widersprach wirklich allem was mir die heiligen verse gelehrt hatten noch vor rund sieben mondwänden hatte ich selbst eine kleine gruppe fasesreifer knaben und mädchen durch ihre weihe begleitet ich erinnerte mich wie ein kluges rothaariges aeterner mädchen bei einer der vorbereitungsstunden das wort an mich gerichtet hatte ihre haare waren fein und glatt gewesen wie bei allen ihrer spitzohrigenrasse was wenn ich keine schneiderin werden will hatte sie mich gefragt nachdem ich ihr und fünf anderen kindern die bedeutsamkeit der zeremonie erklärt hatte die sie zu ihrem nächsten namenstag erwarten würde wie heißt du denn junges mädchen hatte ich darauf lächelnd erwidert der entschlossene blick der nicht aus den augen des mädchens gewichen selena pater ich heiße selena selena in ordnung lass mich dir ein kleines rätsel geben oder nein besser gesagt lasst mich euch allen ein kleines rätsel geben sie hatte ihre augenbrauen gefurcht und mich skeptisch beäugt mehr erwachsene frau als junges mädchen stellt euch vor ihr seid allesamt tampfreie entdecker und entdeckerinnen eure heilige mission veranlasst vom ordensführer selbst ist es ein neues land fernab der skarak inseln zu erschließen wie die ersten pioniere es damals hier in enderal taten der teils hilflose teils gelangweilte ausdruck in den gesichtern der kinder war der neugierige gewichen nur selena blickte mich nach wie vor entschlossen und skeptisch an allerdings hatte ich mit betonter stimme gesagt und dabei meinen zeigefinger erhoben ereilt euch alle ein großes unglück ich hatte eine bedeutungsschwere pause eingelegt ein gewittersturm ihr seid erst auf halber strecke da verschlingt euch ein tosendes gewitter eure galiere zwar habt ihr glück da wie durch ein göttliches wunder niemand von euch zu schaden gekommen ist aber ihr alle findet euch auf einer wilden unbesiedelten insel wieder um euch herum nichts als dickichte kalter sand und frackteile bis auf selena hatte ich sie zu diesem zeitpunkt meiner erzählung allesamt in den bann gezogen euch wird allen sofort klar wenn ihr überleben wollt dann müsst ihr handeln und zwar sofort denn nicht nur die klirrende kälte und euer hunger könnten euch zum verhängnis werden nein aus der ferne hört ihr ein bedrohliches knurren wie es nur von wilden wartüren stammen kann einige der kinder hatten bei der erwähnung jener scheußlichen ziegenartigen kreaturen die eigentlich hauptsächlich in dunklen feuchten höhlen und ruinen heimisch waren angeekelte a und eget laute von sich geben ihr beginnt also holz zu sammeln und ein lager zu errichten aber schon bald begreift ihr dass einige von euch besser für gewisse aufgaben geeignet sind als andere ralof etwa kann durch seinen kräftigen körperbau doppelt so viel holz tragen wie zum beispiel selena oder du gilma du bist eine begnadete schützen da dein vater dich schon früh aus den strohpuppen im gader haus hat üben lassen wer sollte also die erste wacht übernehmen und wer sollte feuerholz sammeln ralof sollte das holz schleppen und gilma die wacht übernehmen darüber waren sich die kinder einig gewesen das spiel war weiter begangen bis allen pionieren ihren körperlichen und geistigen voraussetzungen gemäß aufgaben zugeteilt worden waren gut aber nun geschieht etwas ärgerliches ralof fühlt sich ausgenutzt und will kein feuerholz mehr sammeln gehen der junge der angesprochen war warf mir einen empörten blick zu den ich mit einer handbewegung beschwichtigte natürlich nur in dieser geschichte auf jeden fall will er kein holz mehr sammeln gehen er sagt er möchte nur mit gilma wache stehen obwohl alle von euch wissen dass er mit einem bogen nicht einmal einen blinden gelähmten troll treffen könnte hier also meine frage an euch was wäre besser für euch alle wenn ralof sich seiner selbst besinnt oder wenn er vorhand an wache steht und stattdessen gilma holz sammeln geht natürlich das erstere wie die kinder einmütig bekräftigt hatten richtig denn nur so werdet auf der lebensfeindlichen insel vatüren hunger und kälte trotzen können bis die rettungsskalere erscheint und euch zurück nach eneral bringt und das ist die essenz dessen was uns die heilige schrift lehrt nur in einer gemeinschaft die dem wohle aller und nicht der eigenbrödelerei des einzelnen folgt kann einheit und stärke entstehen genau so klingt kommunismus und mal fast höchstpersönlich er wählt unsere aus göttlichen aufgaben für uns denn wer sollte unsere stärken und schwächen besser kennen als derjenige der unseren müttern jeden mond aufs neue das geschenk gibt leibesfrüchte gedeihen zu lassen mit einem zufriedenen lächeln war mein blick wieder zurück zur ursprünglichen fragestellerin gewandelt und das liebe selena ist die antwort auf deine frage selbst wenn dir der zweifel an dem pfad den mal fast bald für dich wählen wird aufkommen so trotze ihn wie du einer krankheit trotzt denn nur ein in fleisch und geist geeintes volk kann die ewigkeit überdauern die antwort der kinder war andächtige stelle gewesen selena allerdings hat ihren argwöhnischen blick durch meine von dem ersten vers des faders inspirierte geschichte nicht verloren der pfad hat sich jemals wirklich daran geglaubt ich weiß es nicht es war das was mir martha paulia beigebracht hatte es war das was ich zu glauben hatte wenn selbst ich ein gebildeter mann mit zukunft in zugung zu so viel geballten wissen die verwesten erinnerungen meiner kindheit erst nach einer vision entdeckt hat was ist mit anderen menschen nehmen sie alle ein falsches leben aber schoss es mir da plötzlich durch den kopf wenn der pfad tatsächlich eine lüge ist was was führt uns dann welcher ordnung unterliegt dieses leben dann überhaupt dieser ketzerische gedanke sollte mich bis zum sonnenuntergang beschäftigt halten erst als die sonne schon fast vollends am horizont versunken war sah ich auf dem wanderpfad wie der spure menschlichen lebens wie schon die vorangegangenen vier tage war ich auch heute den ganzen tag unter pinien und zu pressenbäumen entlang gewandert und war keiner einzigen menschen sie begegnet was mich zutiefst verwundert hatte nun aber erstreckte er streckte sich vor mir ein gigantisches weizenfeld in dessen mitte eine turmhohe windmühle thronte ihr rad drehte sich gemütlich im abendlichen wind und ein geruchsgemisch aus staubiger erde moos und frisch gesichelten gras lag in der luft für einen augenblick lang ließ mich die rustikale schönheit die dieser anblick verströmte meine schmerzende beine und das flaue gefühl in meinem magen vergessen menschen trotz meiner erschöpfung beschleunigte ich meinen schritt und gelangte schon bald auf eine befestigte straße die sich zwischen den weizenhüngeln hindurch schlängelte und es dauerte nicht lange bis ich das sah was ich gesucht hatte eine herberge die nacht war nun voll ins hereingebrochen und das orangefarbene licht das aus den fenstern des alten efeu bewachsenen bauernhauses strahlte versprach geborgenheit und rast ein lächeln machte sich auf meinen lippen breit und ohne es zu bemerken seufzte ich erleichtert die letzte nacht hatte ich immer einen kleinen kavernenlager gemacht und mein rücken der in mein gemütliches bett gewöhnt war hatte mir jeden morgen erneut sein missfallen kundgetan eine warme mahlzeit plötzlich preschten zwei pferde im vollen gelob an mir vorbei reflexartig sprang ich zur seite und nur knapp verfehlte mich eine pferdeflanke ich stieß einen erschrockenen schrei aus und stolperte als ich versuchte das gleichgewicht wieder zu erlangen mit einem dumpfen aufschlag landete ich im staub was zum henker empört sah ich den beiden reitern hinterher die einige armweiten von mir entfernt zum stillstand kamen es handelte sich um zwei hühnen in solider lederbekleidung die sowie die von reegern ihre rösser waren schwarz was auf eine teure gattung schließen ließ wütend beobachtete ich wie die beiden reiter von ihren pferden stiegen einen schlanken knaben der vermutlich der stallbusche war einen groschen schuh schnippte und im inneren der taverne verschwanden wenn ich damals etwas schon hasste dann waren es selbstgefällige grobe menschen hatten diese beiden affen überhaupt gemerkt dass sie mich beinahe über den haufen geritten hatten vermutlich nicht und wenn sie es getan hätten sie mir der trotzdem keinen mühen blick zugeworfen ich zog meine lippen zu einem strich zusammen verdammte primitivlinge doch mein geist war zu erschöpft um der wut er weiterhin platz in meinem gedanken einzuräumen also zuckte ich resigniert mit den schultern hob meinen staub vom boden auf und überwand die letzten schritte zu dem bauernhaus ein geradezu überwältender geruch nach frisch gebackenem brot entfallte sich in der luft und mein ärger war wie verraucht ich warf einen kurzen blick auf das im wind wackelnde tavernen schild das vor dem eingang hing zum roten ochsen hier will ich also die erste zivilisierte nacht meines neuen lebens beginnen als ich die gaststätte betraf schlug mir ein angenehmes klang gemisch aus stimmen glirrenden kellchen und prasselndem feuer entgegen augenblicklich spürte ich wie die kälte aus meinen gliedern wich und mir das wasser im mund zusammen lief ich war hungrig da ich trotz des langmarsches außer ein kanten meines brotes und ein paar handvoll flüsterkraut nichts zu mir genommen hatte die taverne war sehr gut besucht was für mich die lehre auf den straßen und vor den häusern erklärte ich vermutete dass sie eine art dreh und angelpunkt für die bauern der region war der schankraum selbst bot ungefähr 30 seelen platz und beinahe alle stühle hocker und bänke waren besetzt beleuchtet wurde er von den an den wänden angebrachten fackeln deren flammen spiel die anwesenden gäste in tanzenden schatten an die wand wandte eilig ordnete ich meine wanderrobe und wand mich zwischen den tischen hindurch zur schenke ich warf einen musternden blick auf die anderen gäste unmittelbar neben dem eingang saß ein müde aussehender mann und studierte eingehend ein vergilbtes bilderheftchen namens das heitere alterner fräulein das sich seinen schlüpfrigen zeichnungen nach zu urteilen nicht ausschließlich an ethnologen richtete ein wertiger bade stammte gerade auf einem beschämend kleinen podest seine laute vermutlich um in wenigen momenten ein weiteres lied in der lärmenden klangkulisse untergehen zu lassen unmittelbar vor mir saß außerdem ein weinswert gut aussehender fein gekleideter mann der sich gerade mit einer frau unterhielt die ihm ihrer mimik nach zu urteilen hoffnungslos verfallen war ich schätze ihn auf 35 winter er hatte pechschwarzes haar ein männliches aber dennoch feines gesicht und ein dreitagebart unwillentlich verzog ich den mund mit sicherheit einer dieser oberstädtischen schnösel mit die sich mit ihrem erbe durch die welt fühlen kaum hatte ich fertig gedacht bemerkte der schönling mein starren er sah mich für einen augenblick mit funkelnden augen an und lächelte gewinnend und selbstverliebt zugleich dann wandte er sich wieder seiner bewundern zu die restlichen gäste waren reisende und bauern aller art mann und weib jung und alt groß und klein ich fühlte mich deplatziert wie ein nordmann auf meinem küranischen bazar fremd unwohl inmitten all der rauen gestalten zu denen ich zweifelsohne nicht gehörte hastig schritt ich zum tresen der sich unter einem niedriger gelassenen teil der decke befand und hinter dem fässer und schnöpse aller art auf regalen aufgestellt waren ich wollte gerade zum wort ansetzen da fielen mir die beiden klobigen gestalten auf den huffthohlen tresen hockern auf die beiden affen erstmals hatte ich zeit sie mir genauer anzusehen einer der beiden trug ein vollbart und zwei seltsame ohrringe die ihnen das aussehen eines freibeuters verliehen sein kumpane war zwar nicht bewartet aber er hatte jedenfalls ein kind das dazu geschaffen schien nordwindsteinmauern damit zu zerschmettern einen moment lang überkam ich das verlangen den vor mir stehenden bierkrug zu packen und den männern ins gesicht zu schütten das allerdings in dem moment verschwand als ich die beiden meine anwesenheit bemerkten unwillkürlich zog ich den kopf ein als sie mir einen amüsierten blick zu warfen um sich wieder ihren fleischstoff zu wandeln sie haben mich nicht einmal erkannt mit einem kaum merklichen kopfnicken signalisierte ich der schankmacht die hinter dem tresen stand und krügel säuberte zu kommen sie trat herbei musterte mich von kopf bis fuß und warf mir einen belustigten blick zu matris was darf ich euch bringen sagte sie mit rauer stimme wenigstens hatte sie den anstand mich wie einen städtischen mann anzusprechen ich bemühte mich mir nichts von meiner inneren aufruhe merken zu lassen ein glas ziegen mich bitte ich hatte versucht selbstbewusst und männlich zu sprechen aber meine stimme war von dem viertegen schweigen rau und ungeübt und erklang deshalb als bemitleidenswertes krächzen ich hatte nach und ich hätte ich nach den kronjuwänen der goldenen königin gefragt hätten die reaktion nicht heftiger ausfallen können während die schankmacht nur amüsiert lächelte und bedauernd den kopf schüttelte brachen die beiden grobschlechtigen männer neben ihr gelächtiges schallendes gelächter aus ziegen mich rührte der eine und klopfte dabei seinen kameraden mehrfach auf die schulter er will ein glas ziegen mich ich starrte den hühnen mit einer mischung aus irritation und trotz an vermutlich hätte ich die anderen weiteren geschehnisse des abends vermeiden können wenn ich in diesem moment nicht zu einer erwiderung angesetzt hätte gleich in meinem kopf zahlreiche schlagfertige antworten herumgeisterten waren jene die ich von den beiden männern mit der brust vor der brust verschränkten armen schließlich gab kümmerlich ja ziegen mich sagte ich mit bebener stimme habt ihr ein problem damit dies schien den beiden affen menschen für noch größere erheiterung zu sorgen diesmal lachten sie so laut dass selbst der bärtige bade sein lauten spiel einstellte und mich mit halb beleidigten halb neugierigen blick wie einige andere gäste auch seinen blick gentresen richteten nachdem sie fertig gelacht hatten und sich dabei immer wieder bestätigend auf den breiten schultern geklopft hatten richte der freibeute das wort an mich seine stimme klang förmlich vor spott in der heiterung aber woher denn matris sagte er mit einer mitleidensvollen mine es ist nur sie zieht mich jetzt leider heute abend aus er versierte groß kurz grinsend aber vielleicht probiert ihr es mal bei der dirne schenke im akabana haus diesmal barsten die beiden förmlich voll lachen über ihre eigene witzelei ich spürte wie glühende wut in mir aufstieg nie war mir seit der aufnahme meines priesteramtes mit derlei respektlosigkeit begegnet worden nie werde ich tun wenn ich beide dort das nächste mal im affengehege besuche ich erstarrte die schnippische erwiderung war meine lippen schneller ein sprung als ich sie überhaupt gedacht hatte und ich meinte zu spüren wie die heitere stimmung um die beiden gerubianen letztlich gefror aus dem augenwinkel sah ich dass gut die hälfte der anwesenden kneipengäste das geschehen nur mit erwartender aufmerksamkeit folgte verdammter idiot verdammter elender idiot für einen augenblick verengten sich die augen des freibeuters zu einem schlitz was ihm sein kumpane gleich tat dann löste sich der zichtliche zorn aus ihren zügen und wurde durch ein gesichtsausdruck ersetzt der sich am besten als wütende streitlustigkeit beschreiben ließ so so begann er schließlich und diesmal klang seine stimme eindeutig boshaft ihr seid also einer der ganz harten sorte ich wollte einen schritt zurückweichen aber der freibeuter hatte mich bereits mit seiner kräftigen rechten am handgelenk gepackt sein griff war hart und fest seine finger rau und voller schwielen nun spürte ich wie mir kalte angstschweiß aus den poren brach der mann war primitiv aber gefährlich und das wurde mir augenblicklich klar ich versuchte mich halbherzig aus seinem griff zu entwinden eine zuckung denen die beiden männer nicht einmal eindeut aufmerksamkeit zollten es tut mir leid damit stammelte ich hilflos ich konnte meinen satz kaum beenden da hatte der gorilla schon seinen pranken auf meinen mund gepresst aber das muss es doch nicht mein freund er warf seinen kumpan kurz einen vielsagenden blick zu dessen grenzen sich in reaktionen darauf nur vergrößerte ich mag menschen mit mut aber leider scheint er ja sehr entkräftet von eurer langen reise zu sein ich bemerkte wie der andere mann ihm etwas auf den tresen hin hob wie wäre es also mit einer kleinen stärkung in dem letzten wort nahm er seine hand von meinem mund packte mit einer ruckartigen bewegung die schüssel und schütterte mir ihren inhalt über den kopf es war ein eintopf und ich hatte das pech gehabt jene unglückssinnige bemerkung ein paar minuten früher zu machen hätte mir die brühe vermutlich die haus verbrüht nichtsdestotrotz ja gosse ich einen schwall heißen klebrigen schleim über meinen kopf ich schnappte erschockiert nach luft worauf mir etwas von der brühe in meine luftröhre gelangte keuchen brach ich zusammen und husse die flüssigkeit aus meinem mund das fleischige sud rann mir aus den haaren auf den boden und ich spürte wie einiges davon seinen weg in meine gewandlung gefunden hatte und an meiner wirbelsäule entlang krabbelte ich hörte wie um mich herum röhrendes gelächter ausbrach der großteil dessen daran bestand kein zweifel entstammte dem freibeuter und seinem kumpan aber es waren auch einige derer dahinter die schon vorhin das gespräch mit interesse verfolgt hatten ich spürte wie sich mein magen verkrampfte und mir die scham in den kopf stieg da lag ich zusammengebrochen und fleischbrühe hustend das gespött aller ich verspürte den heftigen impuls aufzuspringen und die freibeuter an die kehle zu gehen aber meiner ratio sei dank verwaffte ich den gedanken so schnell wieder wie er gekommen war ich war zu tode gekränkt gedemütigt aber hatte keinen todeswunsch also bemühte ich mich mich möglichst kontrolliert und würdevoll aufzurichten klopfte mir die fleischstückchen vom gewand entschuldigung ja meine gelassenheit und indifferenz alleine den grobian würde die lektion genug sein ich nahm all meinen priesterlichen mut zusammen und drehte mich zu den beiden männern um sie sahen mich amüsiert und herausfordert an sie wollen dass ich mich weiterhin aufmüpfig zeige schoss es mir durch den kopf sie wollen dass ich sie weiter provoziere gegen keinen der beiden hätte ich im nahkampf auch nur an den hauch einer chance gehabt und so viel war mir klar und überhaupt hätte ich von prügeleien ungefähr so viel ahnung wie ein troll von haarpflege geh einfach hier gel geh und schluck deinen gottverdammten stolz runter ich schielte in die menge hinein die meisten der gäste hatten sich wieder bereits ihren gesprächen oder mahlzeiten zugewandt und nur noch ein paar vereinzelte blickten hererwartungsvoll in meine richtung unter anderem der schönling mit den schwarzen haaren niemand schien an der unverschämtheit der beiden männer auch nur ansatzweise anstoß zu nehmen und schlagartig wurde mir klar was mich mein junges leben hindurch eigentlich vor derlei situation bewahrt hatte mein priester gewand und es war der einzige grund gewesen weshalb mich die jungen aus nebelheim nach meiner fahrtsweide nicht mehr verspottet hatten und vermutlich war es all die jahre auch der einzige grund gewesen dass ein jeder bei meinem eintreten in die örtliche schenke demütig den kopf senkte oder zumindest anstand genug hatte mir keine fleischbrühe in den kopf zu schicken du bist ein niemand jael ohne ein priestergewand bist du nur ein weiterer gewöhnlicher mann weder dick noch dünn weder alt noch jung weder hässlich noch schön bedeutungslos für einen kurzen moment stieß liegt das glimmernde bedürfnis in mir auf meine priesterbrosche die ich zurücklassen nicht übers herz gebracht hatte aus der reisetasche zu ziehen wie würden sie drei blicken diese primitiven tieflinge mit schreck geweihteten augen würden sie das fahr des gebet vor mir aufsagen und mich um vergebung bitten sie würden mich was du darstellst respektieren ja sie würden vor erbetung den kopf senken weil sie angst vor der macht des heiligen ordens haben natürlich würden sie das ein priester des vaters zu missachten kommt einem kapitalverbrechen gleich und nur ein narr würde eine derartige strafe riskieren nein mich als priester zu offenbaren bedeutete nicht nur sich auf der autorität anderer auszuruhen sondern auch wieder in mein falsches leben zurückzukehren und ich spürte bereits wie sich mein magen wieder wahnend zusammenzog ich musste mich fügen also atmete ich tief ein und schluckte meine glühende scham herunter stumm signalisierte ich der schankmat an den spöttischen blicken der freibeuter vorbei dass ich ein zimmer beziehen wollte die lust auf eine mahlzeit war mir vergangen schon gar nicht unter den augen der anwesendenheit die meiner erniedrigung beigewohnt hatten die schankfrau nickte mitleidig und bedeutete einen alten mann der auf einem stuhl hinter dem tresen saß und mich undefinierbar muskel hatte mir den weg zu zeigen schweigend verließ ich den schankraum und folgte dem alten mann hinauf in das obere dockwerk erst als wir vor meinem zimmerturm angekommen waren ließ das gefühl die häme der grobe jahne wie ein schwert in meinem rücken zu spüren allmählich nach ich übergab dem alten mann fünf groschen er mir die schlüssel eine brennende kerze die er aus dem schrankraum mitgenommen hatte und ein stofftuch zum reinigen was vermutlich als wohlwollende gest gemeint war meine scham allerdings noch verschlimmerte stumm wandte ich mich ab er trat meine kammer und verschloss die tür hinter mir ohne dem bett auch nur beachtungszollen trat sich zum fenster und starrte in den regen dann überkam ich mein zorn wie eine flut ich stieß einen unterdrückten schrei aus schloss meine augen und krallte mich in meine hände am fenster sinds fest am schwarzen wächter was war ich wütend zwar wusste ein rationaler teil von mir sehr wohl dass ich verhältnismäßig gelimpflich weggekommen war in den raueren kneipen war es keine seltenheit dass der eine oder andere raufer die zangerei mit einem gebrochenen arm oder schlimmeren verließ dennoch war ich nicht bereit das geschehene zu akzeptieren und beise zu legen hatten diese beiden menschen denn gar keinen respekt derlei pack gehörte gehängt geflegelt und gehäutet wie briganten und marodeure am besten vor den augen aller anderen mein kiefer verkrampfte sich und ich spürte wie das gefühl in meinem magen begonnen hatte sich zu verändern aus dem flauen gefühl der unsicherheit war nur nun eine lodernde wot geworden mit der eine eisernen entschlossenheit einher ging ich werde mein neues leben nicht in schande beginnen ich schloss meine augen wieder und wandte den blick zu der kerze die mir der gastwirt mitgegeben hatte knisternd brannte die flamme und auf eine seltsame Art und Weise bestätigte mich ihr feuer in meiner entschlossenheit ich wollte den beiden affen menschen eine lektion erteilen und wenn es das letzte war was ich tat aber wie was kann ich schon außer predigten halten bücher lesen und kräuter mischen ich hielt inne ja nun war ich gerade zu dankbar dafür dass die beiden respektlosen primitivlinge mir zu genau jenem zeitpunkt an genau jenem ort begegnet waren ein maliziöses grinsen umspielte meine lippen und ich wandte meinen blick wieder dem fenster zu für einen kurzen moment staunte ich über den mann der mir aus dem stummen glas entgegen sah seine blassblauen augen glühen im was glichen brennendem eis ein widerspruch der in ihnen jedoch so natürlich zu sein schien wie sonnenfeuer im herbstlichen zwielicht und seine haltung hatte nichts mehr von dem katz bukelnden pater der vor nicht einmal einer woche noch waschfrauen seinen segen gegeben hatte ja der mann strahlte beinahe etwas aus wie macht entschlossenheit feuer ja und damit würde ich sagen diese folgen gehen so lange wenn man diese bücher liest ich habe eine halbe stunde dieses fucking buch gelesen mit allen teilen lege ich bei fünf stunden also alter naja bis dahin und tschüss bis dann Vielen Dank.